Wie so zwei Tetris-Stücke, die so aneinander sind. Genau, wie so zwei L's. Oder wer ist ein R jetzt? Bro, was geht denn hier ab? Wolltest du noch tauchen gehen? Ich hab gesagt tauchen. Oder wir gehen alle Klamotten ausleihen. Was zum Fick geht jetzt ab? Ja, aber ich wollte flexen, dass ich das wirklich hab. Ja, taucht in die Bitches. Tauchen meinen Schnee an. Ey, ihr müsst kurz hier carryen, während wir unsere Sachen reinbringen. Wir sind gleich wieder da. Kannst du da in den Schnee reintauchen? Ja, mach ich jetzt. Dann kannst du gucken, wie der Schnee aussieht. Boah, Digga, du hast recht, Alter. Warte, warte, warte. Ich zieh kurz eine Ecke an. Dann sind wir kurz nach hinten, sonst geht das kaputt. Geh ich jetzt irgendwo hin? Okay. Boah, das ist tief hier. Geh mal richtig rein. Und, wie sieht's aus? Boah, Digga. Ist das krass? Ist das krass? Warte, warte, ich seh... Was siehst du? Bruder, ich hab andere Welt gesehen. Rezaugen. Willst du auch mal gucken? Ja. Hast du mit Frille... Ja, Digga, du siehst richtig viel drin. Du meinst so... Warte, hältst du kurz? Ja. Oha, wie hältst du die? Ja, Bruder, meine Hände sind das. Klapp mal? Hot. Und damit sich andere Weltmächler reinschauen? Ja, du musst richtig rein... ...dringen mit dem Kopf. Warte. Warte. Ich hab Bock, dass... Nehmen wir dein Handy? Andere Welt, Alter! Oh, man. Oh, mein Kopf, du weh. Boah, ist das kalt. Meiner jetzt auch. Oh, es friert voll. Oh, mein Kopf. Oh, Hirnfrost? Ja, es friert. Oh, bei mir ist die... Oh nein, mein Autorysma. Oh, mein Kopf. Schleck über die Blöde bevor du stirbst. Warum ist das so? Bro, Hirnfrost. Hirnfrostmichser. Nein, 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 nein. Bei mir ist es da, wo ich immer weh hab. Ach so. Oh, ich hab grad Hirnfrost gehabt. Ah! Geht's wieder? Boah, Digga, bei mir tut grade richtig weh. Was zum Fick macht ihr grade? Willst du auch mal? Boah, was du sagst? Doch, zieh mal die Brille auf und tauch einmal in den Schnee. Was soll ich machen? Du kannst in den Schnee reinschauen mit der Brille. Und warum ist dein Kopf so wie er ist? Ja, Digga, der tut da wieder weh, wo er immer weh tut. Das ist Classic, mach. Aber hast du grade wieder so, wie so bei Detektiv Conan, bist du grade eins vor Verwandeln? Ich bin da kleiner. Hugo. Schrummst du das? Ach so, danke. Mach mal einfach. Das ist Über-Content. Mach mal. Was für Über-Content? Mach jetzt. Tauchen wir in den Schneebauern? Manni, gib mir... Manni, gib mir einfach... Nein, mach jetzt! Nein! Nein, wir machen nicht! Nein! Dann mach du als erstes. Ich hab doch schon! Ne, du musst noch mal... Bro, die kriegt Geburt was und der stirbt dann sein... Wenn du Bomme kriegst, von jedem 1000 Subs, wir machen keine Bomme. Ja, Wunseh, dann macht ihr eh nicht. Nein! 100 Subs, okay. Du machst zuerst. Nein, ich kann nicht tauchen wegen Ding. Wegen was? Ja, ja, ja. Klar, ja. Operation. Ich hab auch Operation. Die ist gesaved. Die ist gesaved, die Nase. Und jetzt? Ja, aber die darf nicht so... Nein, 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 nein. Bro, es wäre Über-Content, wenn du machen würdest. Ich freue den ganzen A hier irgendwie noch nicht so. Komm, wir gehen weg, komm, wir gehen weg. Wir gehen ein bisschen weiter weg. Wir geben dir keine Bomme. Was ist eine Bombe überhaupt? Was ist eine Bombe überhaupt? Ja, weiß ich nicht. Irgendwie so ein Kopfnuss oder so. Digga, ich würde den niemals in den Hinterkopf schlagen. Boah, ja, da ist krass. So und dann einfach rein. Ja, genau. Ja, was soll ich der Seele sagen, wenn du gehst? Du musst das richtig reinmachen. Ja, halt. Du kleiner Batsch. Du kleiner Batsch. Du kleiner Batsch. Auf die 100 Subs von Hugo. Oh, Junge, Hugo gewinnen. Hugo gewinnen. Hugo gewinnen. Wo ist dein Handy? Wo ist das? Wo ist dein Handy? Wo ist das? Wo ist dein Handy? Wo ist das? Wo ist dein Handy? Wo ist dein Handy? Nein, schaffst du nicht. Nein, du Wichser. Nein. Ach, diese Bastarde wirklich. Ich habe jetzt nasse Hose, Digga. Bro, er zieht komplett durch. Hier, du Taucher. Danke. All right, sollen wir los? All right, Freunde. Wir gehen jetzt. Ja, scheißen Dreck, Hugo. Musst du auf die andere Seite gehen. Leute schreiben irgendwas von einem Fortnite-Auto. Was für ein Fortnite-Auto, Bro? Fortnite? Der Bus? Ja, wegen Battle Bus. Ach so, ja. Das war das Geräusch, was passiert, wenn du anfängst. Spring mal raus. Nee, das war... Mach mal das... Ja, das war krass. Ja, das war krass. Anschauen, anschlagen. Oh, Scheiße. Ey, sollen wir ein bisschen Mucke hören offensichtlich? Schnellst du die privat nicht an den Tesla? Hab ja noch nie an den Tesla gesehen. Ja, für so kurze Strecken. Nee, gell. Nee, Digga. Aber man piepst doch, oder nicht? Ja, weil Tesla fackt das auch. Hey, warum weißt du das? Jedes Auto muss piepsten vom Gesetz. Hast nicht. Digga, woher weißt du das? Bro, jedes Auto piept, wenn man nicht angeschnallt ist. Digga, weiß ich doch nicht. Wo gefährt denn du Tesla? Der Mann hat seinen guten Geschmack. Hey, findest du auch Tesla geil? Ja. Mashallah, Bruder. Gib mir hier, gib mir hier. Du bist der größte Verräter auf dem Planeten. Boah. Du auch Tesla? Ich find Tesla eigentlich auch ganz cool. Mashallah, Bruder. Gib mir hier. Du auch Tesla? Außer die Spaltmaße. Ja, ja. Du auch? Ich hasse Tesla. Ach, Digga. Ja, ihr wisst das. Ich lasse Tesla. Diese Räder ist eh scheiße. Ich will Diesel. Ich brauche Diesel in meinem Maul im Maul. Es gibt auf der Welt nur Tesla oder Diesel. Aber zwischendrin gibt es nichts. Aber Elon Musk ist ein bisschen goofy. Ja, das stimmt. Bisschen, yo. Du bist ein kleines bisschen. Er ist ein bisschen abgegooft. Im Sommer Skifahren, Mastercard und Wiese. Bleib auf deiner Linie und gib Gas im Schnee. Aussteigen! 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 Oh mein Gott. Da steht so 100 Leute. Ey, ey! Wieland, komm raus, ich rette dich. Rette mich wirklich mal bitte. Ja, ich rette dich gerade. Tschüss. Warten wir kurz auf Mike und Tim und dann geht's los. Ich glaube, die sind oben. Also ich glaube, wir sind ein bisschen nach oben. Ne, wir sollen schon rein. Ja, okay, dann. Okay. Hey, Rente ist oben. Yo. Geil. Digga, warum habe ich... Wer hat mir den hier gegeben? Was ist das? Den meinen Pullover, den will ich nicht. Digga, was hast du denn in der Hand hat? Mann, Digga, das fängt die überhaupt ab. Jetzt muss ich den rumtragen. Oh mein Gott! Das ist weg in dir! Weg in dir! Sorry. Der macht's weg in dir, Bro. Was schaust du? Kennst du den von TikTok? Ey, das ist Hugo von Fortnite. Das ist Hugo von Fortnite. Digga, weg dir, du Wichser! Der hat diese Uhu verplattet oder alles. Nein, der hat gesagt, oh mein Gott, dass er in diesem Fortnite Spider-Man placement gemacht hat. Hab ich genau gehört, Digga. Der hat alles stehen und liegen lassen. Hey Leute, der neue Spider-Man und Spider-Man. Fortnite-Skin. Der arme Kind, Digga, dem ist alles aus der Hand gefallen. Ja, aber warum macht der jetzt kein Foto? Das schenk ich nicht. Ja, weil da ist so ein Schock, Bro. Schockstarre. Schockstarre. Du hast gerade die ganze Zeit Schiegel fahren und auf einmal kommt man beim Backdome. Ja, ja, ich stand da, ich stand da. Da würdest du mich auch verballern, Alter. Oh, Schiegel wie das hart, Digga. Das ist geil hier. Ja, tschüss mal, wenn du... Hey, wir sehen hier so drei Betonhäuser, Bro. Nein, nein, nein. Ich finde, das sieht schon... Das sieht schon... Geht's klar mit dem Kuchen? 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 Ja, Digga, da wo ich Schmerzen hab, wo ich auch untersuchen lassen hab... Ja. Ja, das tut geist. Das ist nicht so gut. Also ist das so wie immer oder Dollar? Das ist wie immer Dollar. Okay. Willst du mich hinsetzen? Nee, das... Hast du auch genug getrunken oder sowas? Ich kann nichts dagegen tun, Bro. Okay. Okay, weißt du, was du tun könntest? Nicht in Schneebahn mit deinem Kopf. Ja. Das könntest du tun. Ich glaube, Kopfüber mit einer Taucherbrille und Köppert was ins Schnee ist, glaube ich, nicht so hilfreich. Das könntest du tun. Ja, das stimmt. Ja, komm, lass rein. Lass rein, oder? Sag, wie es ist. Wenn es schlimmer wird, Bruder, sag Bescheid. Gib ihm Kopfnuss, Bro. Kann sein, dass wir gleich kurz weg sind, Chat.